Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Auch heute einmal zu dem Thema WordPress Update zu DSGVO. Wie ich euch ja schon gesagt habe, sollte man immer wieder ein bisschen auswarten, wenn solche großen Änderungen kommen, denn meist werden ja die Stimmen doch erhört. Worum es genau in dem Update 4.9.6 geht bei WordPress, das schauen wir uns gleich zusammen an. Ja, wir sprechen hier von einem WordPress Core Update, das wir uns im Endeffekt jetzt zusammen anschauen. Was hat das auf sich? Das wurde jetzt veröffentlicht gestern und hier wurde gezeigt, dass es ein WordPress Update geben wird zu dem ganzen Thema General Data Protection Regulation, was so viel ist wie die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, die wir ja schon jetzt zu Genüge von meinem Kanal kennen. Aber ich werde dieses Video noch machen, ich werde euch das nächste Video dann auch noch dazu machen, wenn das wirklich live geht, einfach damit ihr die Sicherheit haben könnt, dass nichts großartig passieren kann jetzt. Es wurde jetzt bei uns in Österreich schon entschärft, für die, die in Deutschland sind, und wir werden uns das alles anschauen. Ich werde auch noch ein Video darüber machen, bezüglich ein paar anderen Dingen, die ihr mich gefragt habt, aber ich glaube, das wird dieses Video noch ein zweites Video und dann möchte ich wirklich unter Anführungszeichen den Deckel zumachen und sagen, so jetzt ist alles in Ordnung und ich glaube, ihr könnt guten Gewissens eure Webseite behalten, müsst sie nicht löschen oder sonst irgendetwas. Schauen wir uns mal zusammen das Update an. Wir sprechen von dem Update 4.9.6. Derzeit gibt es das Update 4.9.5, also beziehungsweise die Version 4.9.5. Und ich habe euch da jetzt mal aufgemacht, wann das Ganze rauskommt, nämlich die Beta ist am 1. Mai losgegangen. Wir haben heute den 5. Mai, ich werde wahrscheinlich auch, wenn es sich so ausgeht, heute das Video noch veröffentlichen. Und das Release-Datum ist am 15. Das heißt, nächste Woche, glaube ich, müsste das sein. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mit euch das durch. Ich habe es mir jetzt nur im Groben angeschaut. Das heißt, falls ich mich jetzt noch nicht genau auskenn, bitte jetzt nicht großartig Fragen oder so stellen. Ich weiß selber noch nicht, wie dann die wirkliche Version ausschauen wird. Auf jeden Fall sind ein paar wichtige Themen dabei, wenn ihr meine Videoserie gesehen habt, die ihr zwar nicht weglassen müsst, könnt ihr noch immer benutzen, aber das ein oder andere, was ich eigentlich noch abdecken wollte, hat sich damit jetzt erübrigt. Nämlich zum Beispiel, einige von euch haben gefragt mit den IP-Adressen bei den Kommentaren, wie sieht das aus? Das wird mit der neuen Version, soweit ich das jetzt gelesen habe, komplett wegfallen. Ja, ich habe mir das auch in der Datenbank angeschaut, so wie es ausschaut, werden keine IP-Adressen mehr bei Kommentaren und so gespeichert. Das heißt, mit dem neuen Update ist diese Sache grundsätzlich, wie soll ich sagen, erledigt. Ja, also, ja, da wird nicht mehr großartig viel kommen. Wie gesagt, zu den IP-Adressen und so weiter, damit man wirklich ins Detail geht, schauen wir uns eh auch nochmal an. Ich habe auf jeden Fall jetzt einmal, um euch das zu zeigen, habe ich, genau, auf meiner lokalen Installation mit Memp, falls das einige von euch kennen, habe ich jetzt einmal dieses Testumfeld für uns geschaffen, nämlich die Beta 4.9.6. Ja, ich habe das so genannt, um mir anzuschauen, was da passiert und was nicht passiert. Im Endeffekt, das ist jetzt eine ganz normale Seite, ich habe jetzt gar nichts großartig installiert oder sonst irgendetwas, aber es ist eben diese Version drauf. Man sieht es auch hier unten, Entwicklungsversion 4.9.1. Und hier kann man dann, halte dich auf den Laufenden klicken, da würde man jetzt nochmal Informationen darüber bekommen, wann das neue Update da ist und so weiter. Wie gesagt, normalerweise ist es 4.9.5, jetzt sind wir eben bei dem. Ja, was dazu gekommen ist, ist unter Werkzeug, also zuerst gehen wir an die einfachste Form durch, nämlich Einstellungen in Privatsphäre. WordPress hat, das Datum sind wir jetzt ja durchgegangen, WordPress hat sozusagen hier, es sind ein paar andere Dinge auch dazu gekommen, auf die ich jetzt nicht eingehe, weil uns ja das im Endeffekt interessiert, was denn jetzt mit der Datenschutzverordnung, beziehungsweise im Englischen eben die GTPR, beziehungsweise die General Data Protection Regulation auf sich hat und das betrifft diese Sektionen hier. So, das Erste, was man eben sieht, ersichtlich, manche Dinge, glaube ich, haben sie noch nicht implementiert, die sind nur eben sozusagen hier aufgelistet, aber wir schauen uns an, was auch schon alles implementiert wurde, nämlich Add Settings Screen for Creating Privacy Policy. Privacy Policy ist im Endeffekt, wie soll ich sagen, ist einfach der Datenschutz, ja, die Datenschutzerklärung und es ist jetzt sehr positiv, ihr könnt nämlich unter den Einstellungen, ja, in der Privatsphäre hier unten, dann eben diese Privacy Settings stellen. Hier könnt ihr auswählen, was für eine Page die sein sollte. Also im Normalfall sagt man dann hier, okay, bitte mach mir einen Datenschutz oder man sagt dann halt, bitte erstelle mir die Page. Der gibt auch hier wirklich dann Sätze rein, ja, also das ist ein Template für die Datenschutzverordnung und hier sind so ein paar Sachen drinnen, die da automatisiert schon drinnen sind, ja. Die würde ich jetzt, ich würde das wie gesagt trotzdem mit dem Datenschutzgenerator machen, wie ich es euch gesagt habe, aber grundsätzlich bietet da jetzt WordPress auch schon ein paar Texte an. So, und das finde ich natürlich super toll, das heißt, hier könntet ihr das dann zum Beispiel Datenschutz nennen, ja, Datenschutz, da müsst ihr nur da unten auch noch, das ist natürlich alles noch auf Englisch, deswegen Datenschutz so und veröffentlichen und dann hättet ihr eben im Endeffekt diese Datenschutzseite, wo eben auch drinnen steht Kommentare, Cookies und so weiter, ein paar Dinge sind schon eingedeutscht, manche noch nicht und so weiter und so fort. Was dann zusätzlich dazu noch gekommen ist, ist genau diesen Default Text eben hinzugefügt von der Privacy Policy, das heißt, das ist das, was da ja drinnen ist. Dann ein Privacy Policy Page Design, das heißt, wenn man diese Page da gemacht hat, wird es dann offensichtlich ein Design dafür geben, wird man sehen, ja, das sind alle so technische Details, was dann eben, genau, Adding Links to Imprint und Privacy Policy Pages of WP Login Screens. Vielleicht ist das jemandem aufgefallen, bis jetzt hatte man das immer so, wenn man zum Beispiel jetzt auf meine Webseite gegangen ist und dann hier WP Login eingegeben hat oder WP Admin, eins von beiden, ist man ja auf den Login Screen gekommen und hier ist jetzt zum Beispiel noch kein, ja, da ist noch kein wirkliches, kein wirklicher Vermerk zum Impressum und so weiter. Was jetzt vielleicht nicht notwendig ist, aber jetzt zur Sicherheit ist es, sag ich mal, nie schlecht, dass auch hier die Verantwortlichkeit für diese Webseite aufgetragen ist. Das haben sie jetzt geändert, nämlich wenn wir jetzt hier unsere lokale WordPress Seite aufrufen, ich musste nur in einem privaten Fenster aufrufen, nämlich hier zum Beispiel, dann sieht man jetzt hier unten ist die Privacy Policy aufgelistet. Das heißt, hier unten ist dann Imprint und Privacy Policy, in dem Fall ist es dann Datenschutz bzw. das Impressum, wird dann hier aufgezeigt. Das ist zum Beispiel eine der Änderungen. Ebenfalls, was haben sie noch für Änderungen drinnen? Dann haben sie noch die Helper Functions, nämlich anonymisierte Daten in einem Standardweg. Das heißt, soweit ich das jetzt verstanden habe, werden die IPs und so weiter nicht mehr gestort, so wie früher. Das heißt, das ist dann alles DSGVO-sicher. Muss euch jetzt nicht wirklich interessieren, aber was ich euch eben zeigen kann, ist, ich habe da jetzt einen Testbeitrag, glaube ich, irgendwo. Hallo Welt. Genau. Hier habe ich nämlich vorhin einen Testbeitrag gemacht. Und wir schauen uns das mal kurz an. Ich habe da jetzt die Datenbank der Installation, wie ihr hier seht, Beta WP, habe ich aufgerufen. Und normalerweise sieht man hier in dieser Column Comment Auto IP. Und die ist normalerweise gefüllt eben mit IP-Adresse, normal 598, irgendwas, irgendwas, irgendwas. Das muss ich jetzt da rausnehmen. Aber grundsätzlich, da könnt ihr ja auch von den jetzigen Kommentaren, die gelegt wurden, sozusagen könntet ihr das auch löschen. So, ich habe da vorher jetzt schon einen Test gemacht. Den lösche ich jetzt hier noch einmal. Geht er jetzt noch einmal in die Comments rein. Schauen wir das Ganze an. Genau, wir haben jetzt da keinen Kommentar drin. Ich werde jetzt mal einen Kommentar setzen, aber ich muss diesen Kommentar natürlich auch im Cognito-Modus setzen, weil sonst bin ich ja eingeloggt. Und hier sehen wir auch gleich eine weitere Erweiterung. Ich gebe das da mal kurz ein. Ja, gehe ich an nicolus.colbert.gmail.com Und testwebsite.com So, save my name, email and website in this browser for the next time I comment. Das heißt, das ist auch neu. Ich weiß jetzt nicht, ob da dann noch was anderes dazukommt. Hier sollte eigentlich dann auch so ein Hacker sein, wie ich schon durchgegangen bin, wo eben der Vermerk dann auf den Datenschutz ist. Wahrscheinlich kommt das noch rein. So, jetzt schicken wir den Kommentar ab. Jetzt wurde der Kommentar auch abgeschickt. Im Normalfall. Ja. Schauen wir mal kurz in der Installation, wenn wir in Kommentare gehen. Genau. Genehmigen wir das Ganze. Jetzt, wenn wir hier auf die Datentabelle gehen, müssten wir eigentlich das wunderbar sehen. Genau. Jetzt habe ich da diesen Kommentar gesetzt und jetzt sieht man hier, das ist keine vollständige IP. Das ist auch keine, die man auslesen könnte. Das heißt, ich glaube, dass das so bleiben wird, beziehungsweise vielleicht, dass das noch ein bisschen anders verschlüsselt wird. Aber es reicht schon, wenn Sie es auf 127.001 oder irgendwas setzen. Einfach, dass die IP nicht nachvollziehbar ist. Dann ist das schon für die DSGVO wunderbar. Das heißt, das müssen wir nicht mehr per Hand machen. Ich zeige es euch noch in einem Video, weil mich viele gefragt haben, was es da für Möglichkeiten gibt. Werde ich mit euch noch durchgehen, aber ich glaube, das ist damit erledigt. Werden wir dann noch sehen, wenn das wirklich released wird, was noch kommt. So, ebenfalls, was ich hinzugefügt habe, was ich vorher gefunden habe, ist unter Werkzeuge Export Personal Data beziehungsweise Remove Personal Data. Da weiß ich jetzt noch nicht ganz, wie das funktioniert. Ich sende mal An e-mail will we send to the user at this e-mail address, asking them to verify the request. So, ich werde das einmal jetzt senden. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Das heißt, so kann man glaube ich jemanden dazu bringen, dass er unter Anführungszeichen die, die seine Daten löschen lässt. Ja, ich schaue mir das mal kurz an, ob ich da was bekomme. Aber wahrscheinlich nicht. Das heißt, das wird wahrscheinlich eine Möglichkeit, eben solche Daten zu managen beziehungsweise zu entfernen oder zu, ja, add personal data from commerce zu personal data export, add personal data from user meta. Das heißt, ja, also das wird auf jeden Fall eine Möglichkeit schaffen, eben das Ganze irgendwie zu exportieren, importieren, wie auch immer. Ja, das wird man da sehen, wie das im Endeffekt ausschaut. Und ansonsten, genau, eine Methode zum Schicken von der Löschung beziehungsweise der Anonymisierung der Daten. Ja, das ist wahrscheinlich das, was wir gerade gemacht haben, was ich jetzt noch nicht erhalten habe. Das ist wahrscheinlich jetzt wegen der Beta-Version. Aber es kann gut sein, dass das eben noch kommt. Dann add tools for anonymizing of commenters. Das heißt, die Anonymisierung von Leuten, die kommentieren. Ja, das ist auch sehr gut, weil da zeige ich euch eh noch im nächsten Video, ist gravata ein Thema. Aber das nur dazu gesagt. Und rename page beziehungsweise mit dem new privacy tools und privacy policy page. Add pointers informing users for the new privacy pages. Das heißt, ich nehme mal an, vielleicht werden sie noch einen Cookie-Hinweis machen. Und eben sie haben jetzt das eben standardisiert, dass jede WordPress-Installation, bis jetzt hat man das ja immer als Unterseite machen müssen, jetzt ist es so weit, dass man es offensichtlich standardisiert einfach ein Impressum hat und standardmäßig einfach einen Datenschutz hat. Ja, und die dann auf der Webseite dementsprechend gesetzt werden, wo sie auch gesetzt oder gesehen werden sollten. Ja, das heißt, das ist wunderbar und ich wollte euch einfach nur darüber informieren, dass ihr seht, dass alle daran arbeiten an dieser Datenschutz-Verordnung und dass ihr euch da nicht so viele Sorgen machen müsst. Ja, ich hoffe, ich nehme euch damit, ich versuche, ich habe das Gefühl, ich muss euch Video für Video das Gefühl wegnehmen, dass es in irgendeiner Form eine Einschränkung wird. Ja, es werden ein paar Regeln neu gesetzt, aber im Endeffekt ändert sich nichts und ihr könnt bald möglichst wieder ganz normal eure Webseiten weiterführen, so wie zuvor auch und euch auf das konzentrieren, was ihr damit vorhabt, ob es dann Geld verdienen ist, Aufmerksamkeit zu bekommen oder davon zu leben oder einfach in einem Blog was zu schreiben. Ich finde das so schade, dass WordPress so mächtiges Tool jetzt natürlich durch diese Datenschutz-Verordnung da ordentlich, wie soll ich sagen, in die Ecke gedrängt wurde, aber man sieht es, WordPress ist einfach genial. Dadurch, dass so viele Entwickler da dran sind und das Open Source ist und so weiter und das so viele Leute betrifft und einfach jede vierte Webseite im Netz schon mit WordPress funktioniert oder läuft, dann sieht man einfach, wie schnell der einfach aus dahinter ist. Deswegen sage ich immer jedem, wenn ihr zukünftig denken wollt und eine Webseite wollt, macht es mit WordPress, ihr macht euch um einiges, ihr macht euch da einfach einiges leichter. Ja, das dazu, ich wollte euch da nur ein kurzes Update geben, wenn das Ganze dann wirklich live ist, schauen wir uns das nochmal an. Wie gesagt, das war jetzt nur ein, wie gesagt, das war jetzt nur ein Testumfeld und ich wollte euch einfach dafür informieren, dass auch WordPress im Hintergrund daran arbeitet und im nächsten Video habe ich mir da auch nochmal aufgeschrieben, da gehen wir das hier zum Beispiel durch. Das ist eine coole Liste von Blogmojo, mit welchen Themes ihr, also beziehungsweise mit welchen Plugins ihr arbeiten könnt und wer Daten speichert, wer nicht. Das gehen wir noch alle zusammen durch, bloß ich zeige euch dieses kleine Tool, nämlich was für Tracker auf eurer Seite laufen. Ich zeige euch das dann alles Step by Step, damit ihr, wenn ihr wollt, auch wirklich Augenrauswischerei betreiben könnt und wirklich alles bis aufs kleinste Detail ausbessern könnt bei WordPress beziehungsweise bei eurer Webseite, sodass gar nichts, gar nichts passieren kann. Auch YouTube Videos, das werde ich auch noch im Video drüber machen. Ja, ich hoffe, euch hat das heutige Video mal wieder gefallen. Wie gesagt, ist nur ein Update, weil ich das gestern, vorgestern eben gelesen habe, dass jetzt diese Version draußen ist, habe sie sofort für euch installiert. Ich wollte euch das zeigen, da müsst ihr es nicht selber installieren, sondern könnt euch nur darauf freuen, dass das kommt und das war es dann eigentlich auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, wie üblich, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Wir sehen uns wie gewohnt im nächsten Video und ich wünsche euch noch einen wunderschönen produktiven Tag.